Ich bin jetzt live auf Instagram, auf YouTube, sind wir jetzt auch live. Alright. Guten Morgen. OHTV Episode 2. Es ist weiterhin kalt. Außen piekts. Ja, wenn du noch die Tür offen. Ich habe wieder einen warmen Tee dabei. Ich positioniere mich hier hinten. Du kannst wieder auf deine Bauseite gehen, dann warte, bis das Auto draußen weggefahren ist. Ich werde mich hier in die Ecke ein bisschen. Okay. Ne, pass auf, ich drehe Instagram ein bisschen. Instagram, Instagram. Ich winke wieder, ich muss ab und um rüber gehen, um zu interagieren. Okay, also, was haben wir getan? Wir haben von allen, die geliked haben, jemanden kommentiert haben, die Namen aufgeschrieben und werfen die jetzt in unsere Lostrommel, zu unserem kleinen Gewinnspiel. In der Heimschrift. Genau. So, alle da rein, am Ende der Show wird der Gewinner gezogen. Für was? Was gewinnt der Gewinner? Ja. Das ist das Package da. Das hier. Das wird gewonnen. Richtig. Jawoll. Über die Farbe kann man auch diskutieren, oder? Auf jeden Fall. Dann haben wir ja die ganze Wochenaktion gehabt und haben diese schönen Pintails rausgehauen und haben angekündigt, weil im Livestream letzte Woche die Nachfrage nach den DDs war, dass wir heute mal ein DD montieren. Und damit legt der Björn jetzt los, während ich einen warmen Tee trinke. Tee. Gut. Das wird ein bisschen komplizierter zu montieren, weil ich muss die Achsen aus dem Unternehmen um die da durchzustecken. Wir haben ja das letztes Mal gezeigt, was da passiert, wenn man das durchsteckt. Ja, ne? Das ist gezeigt, dass es tiefer liegt. Aber warum liegt es tiefer? Ja, normalerweise steht ja das Board auf der Achse drauf. Und jetzt ist es aber bei dem Dropthrough so, dass die Achse sozusagen in dem Board drinsteckt. Also die Baseplate von der Achse, die steckt so drin. Und dann kann man quasi sagen, dass das Brett an der Achse hängt, ne? Dass hier die Last drauf kommt. Und deswegen muss ich das auseinander nehmen. Und ich muss vor allem diese kleinen Scheibchen hier benutzen zum Montieren. Wie man die sehen. Kleine Scheibchen. Ja. Weil sonst hängt ja das Brett komplett an den Muttern. Die sind ein bisschen klein. Die würden sich so ins Holz rein schwanzen. Deswegen kommt dann aus einer kleinen Unterlegschaltung drauf. Als Aufladefläche. Und dann brauchen wir auch genau. Genau. Sagt, wenn ich einarmig irgendwie assistieren kann. Ja, genau. Du bist mein einarmiger Assistent. So, jetzt zum Glück muss man bei diesen Achsen hier nicht aufpassen, welches das Bottom und welches das Top-Bushing ist. Die sind nämlich gleich bei der guten Bolzenachse. So. Okay. Dann auch passen die rum. So. Also YouTube-Verbindung ist instabil, aber diesmal schaffen wir es vielleicht, das Instagram-Video zu saven. Letzte Woche ist das Instagram-Video nach 24 Stunden verschwunden. Aber es gab trotzdem eine Menge Leute, ne? Ja, sau gut. Instagram sind alle am Start. Und jetzt... Oh, man kann sogar Effekte machen. Pass auf. Holla, die war ein Ding. So. Ähm. Alles gut. Es ist nichts zu tun, aber auch mit dem Spiel. Ich brauche noch Fiché und Schrauber und Schraubenzieher. Also hier ist erstmal... 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Was ist das jetzt für ein Deck, das ich hier montiere? Das ist ein DD-110. Das ist ein Dropdancer, der 1,10 Meter lang ist. 1,10 Meter lang? Mhm. Deswegen nennt er sich Dropdancer. Da kann man auch mal einen Schritt hin und her machen, beziehungsweise hat man eine gute Standfläche. Denn... Ich hole mir mal ein anderes mit ähnlichem Shape. Da kann ich das mal zeigen. Steckst du drauf? Ne, drauf steigen werde ich nicht, sonst falle ich runter und habe gar keinen Arm mehr. Aber... Dann bricht er ab. Das wird aber Traffic generieren. Das müssen wir vielleicht auch mal überlegen. So, das wäre ein guter Outtake. Mhm. Also, dadurch, dass wir die Achse durchstecken, kommt die Rolle näher ans Brett. Und wenn wir keine Wheelbytes produzieren wollen, das heißt, wenn wir nicht wollen, dass beim Lenken die Rolle ans Brett schlägt und wir einen unsampfen Abgang machen und einen Arm in der Schlinge haben am Ende, machen wir die Cutouts größer, damit wir mehr Platz für die Rollen haben. Wenn der Cutout aber größer wird, wird unsere Standfläche kürzer. Und deswegen haben wir auch für Menschen mit Bedarf für Platz auf dem Board und langen Beinen zum Beispiel hier eine Variante, die schön lang ist. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine langen Beine, aber ich habe gerne die Möglichkeit, meine Füße mal vor, mal zurückzustellen und nicht nur eine Standposition zu haben. Und somit präferiere ich den 110er. Aber wie ist denn das mit der Körpergröße und der Brettlänge? Hier kriege ich total oft die Frage, ob ich jetzt irgendwie, wenn ich klein bin, dann auch ein kurzes Brett haben muss. Also... Wie siehst du das? Ich habe schon mal viele Leute... Boah, so hört man gar nichts. Warte mal. Ich komme dann auch hier vor. Also, Körpergröße im Vergleich zu Brettlänge. Man kann davon ausgehen, dass ein Kind mit einem 1,30 m einen langen Dancer fahren kann, wenn die Achsen schön weich sind, dass das ganze Ding auch lenkt. Genauso wie, sagen wir mal, mein Bruder, der 1,90 m groß ist, sehr gerne mit einem Mini-Cruiser durch die Gegend fährt, der ihm nicht mehr bis zum Knie reicht. Also von daher, schaut welcher Shape für das taugt, was ihr tun wollt und nicht wie groß ihr seid. Ist es denn schwerer, ein kurzes Brett zu fahren oder ein langes? Je kürzer das Brett, desto wackeliger wird das Ding. Länge läuft. Stabiler, oder? Weißt du, was Stefan erzählt hat vom Shop? Der macht doch diese Skatekurse immer, ne, mit den Kids. Die Kids, die rennen immer los und versuchen, die langen Bretter abzugreifen bei den Testbrettern. Die wollen immer die längsten Bretter haben. Also irgendwie... Ich glaube nicht, dass man Körpergröße und Brettgröße irgendwie so wie beim Skifahren oder beim Snowboardfahren, dann machst du ja gut so Körpergröße und Brettgröße und so zusammenhängen. Aber das ist bei Skateboards glaube ich nicht so. Da kommt es vor allem darauf an, was man am Brett machen will. Das heißt, wenn man sich darauf bewegen will, holt man sich ein schön langes Brett, um ein paar Schritte zu machen. Wenn man es kurz und kompakt haben will, für gerade unter den Arm in die S-Bahn nimmt man halt ein kürzeres, aber geht davon aus, dass es einfach lebendiger wird und man ein bisschen mehr Kontrolle braucht. Und wenn man wirklich Stabilität will, braucht man ein Setup, das dazu taugt. Das heißt, die Achsen müssen präzise sein. Das heißt, jemand der super schnell Downhill fahren will, der braucht einerseits viel Gewinnung, aber auch ein System aus Lenkwinkel, Bushings und Präzision, was funktioniert. Und dann sind die meisten Downhillbretter auch nur einen Meter lang. So, die Achsen sind montiert. Sehr gut. Guck mal was im Spiel. Ich weiß hier, das Spielmanager. Jetzt kann ich wieder die Hänger drauf machen. Guck jetzt. Wie war das? War egal? Bei denen ist es egal, da sind es, oder? Bei denen ist es egal, bei den Bolzenachsen ist es egal. Aber den Hänger, den kann man so rum oder so rum montieren. Ja, richtig. Der Bushing Seed hier in der Mitte da, der ist nämlich nicht genau auf der Mittelachse, sondern der sitzt ein bisschen außer mittig. Das heißt, wenn ich das so rum montiere, dann habe ich eine etwas nachlaufende Achse. Und wenn ich so rum montiere, dann habe ich eine etwas vorlaufende Achse. Das führt jetzt aber zu weit, oder? Das führt zu weit. Wir sollten irgendwann mal einfach eine Runde machen, nur zum Erklären von Achsgeometrien. Was ist Vorlauf, was ist Nachlauf, was nennt sich da Rake und so weiter. Und warum? Auf welchen Ebenen da was läuft und warum genau. Ja. Es gab mal eine Achse, ich sag mal nicht den Markennamen, der stand auf der einen Seite. Auf der einen Seite stand es 50 Grad und auf der anderen Seite standen 42 Grad oder irgendwas komisches vom Hänger. Und man dachte, wenn man den Hänger umdreht, dann verändert sich der Winkel. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist voll der Quatsch. Der Winkel bleibt gleich, wenn man den Hänger flippt. Da verändert sich was anderes, aber das führt jetzt zu weit. Ich wollte gerade sagen. Das heißt, ihr könnt Technikfragen reinstellen und wir versuchen sie zu beantworten. Spätestens in der nächsten Folge, denn wenn hier was gepostet wird oder hier, kann ich oftmals erst im Nachgang alles lesen, weil wir zu weit weg sind. Sehr gut. Da will jemand ein Brett bestellen in den nächsten Wochen. Das freut uns. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, melde dich. Die sind jetzt gleichermaßen festgezogen. Sehr gut. Man sieht das an den Windungen hier von der Schraube und fühlt sich auch gleich an. Das heißt, es ging jetzt schneller als ich dachte. Das ist die jahrelange Übung. Irgendwie will ich doch noch nicht so ganz raus mit dem Montieren. Soll ich doch wieder vorne im Shop nicht hinstellen? Ah, da fehlt ein Ding in der Sache. Wenn man mal ein paar Hundertbretter zusammengebaut hat, dann ist es viel Fahrradfahren. Sonst brauche ich mal Kugellager. Ich habe gar keine Lager. Okay. Wollen wir wieder fahren? Ne, wir nehmen einfach mal unsere Kugellager her. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und Spracer. Oh nein! Ich habe das verloren, wenn ich es zeigen wollte. So ist der Karte. Ich glaube, ich habe die ans Bildung geklaut. Ja. Hier ist er. So. Was ist das eigentlich für ein Ding? Eine Hülse. Eine Hülse. Eine Edelstahl-Hülse. Was macht man mit diesen Edelstahl-Hülsen? Pass auf, ich zeige es in die Kamera. Erklär das mal. Ja, ich versuche es. Kleiner Exkurs. Edelstahl-Hülsen. So sieht ein Kugellager aus. Außen, innen. Wenn man jetzt zwei Stück davon auf eine Stange montiert, auf eine Achse, dann schraubt man diese beiden inneren Ringe zusammen. Die äußeren hängen ja in den Rollen. Wenn man da jetzt einfach von beiden Seiten außen ordentlich drückt, hier, dann macht man seine Lager kaputt. Beziehungsweise, das hier geht schon ein bisschen schwer. Ja, jetzt läuft es wieder. Ihr seht, die drehen sich, die müssen sich drehen. Hier. Und hier. So. Und wenn die jetzt hier eine ordentliche seitliche Kraft kriegen. Von was kriegen die sie? Von der Schraube, die du da drauf schraubst. Das heißt, wenn die Schraube zuziehst, dann werden die beiden Kugellager so aneinander gedrückt. Von der Schraube und der Achse. Richtig. Und jetzt können wir hier eine präzise gefertigte Hülse dazwischen stellen. Einen Spacer, der den Abstand hält, den Raum hält. Wie groß ist der Abstand? Tja, sag's mir ganz genau. Also, wenn man nachmisst, bei den meisten Herstellern, was die so verbauen, dann sind da so 10 mm breite Hülsen drin. Meistens aus Aluminium. Genau, die sind dann irgendwann auch nicht mehr so ganz. Das muss also quasi übereinstimmen mit dem Abstand, den die Kugellager in der Rolle haben. Weil die haben ja automatisch hier innen drin, das kannst du auch mal zeigen, da gibt es ja so ein Anschlag hier. Hier ist der Anschlag. Da haben die automatisch so einen gewissen Abstand die beiden Kugellager voneinander. Und bei den meisten Herstellern ist dann eine Abstandshülse von 10 mm Breite drin. Jetzt ist es aber so, dass die Rollen produziert werden, also diese zumindest, und die meisten in Amerika. Und die haben ja nun mal nicht das metrische System, sondern das Zöllige. Und jetzt haben wir ausgemessen, dass dieser Abstand, der da zwischen den beiden Kugellagern bleibt, in der Rolle, der ist nicht 10 mm, sondern 0,4 Zoll. Ja. Was ist das? 0,4 x 2,54. Ungefähr, ja. Also, 2,54, also ein bisschen mehr als 10 mm, 0,4 Zoll. Und zwar, ja, 10, weiß ich nicht, ein paar Punkte. Und jetzt haben wir das vermessen bei ganz vielen Rollenkernen und haben uns dann Hülsen machen lassen, ernsthaft. Und zwar, das hier ist ein kleiner Ausschnitt, das sind diese Hülsen, davon haben wir gefühlt 20.000 Stück da hinten in so einer Box, die wir nie bewegen, weil die so schwer ist, aus Edelstahl. Und dadurch kann ich jetzt sozusagen, habe ich jetzt 0,4 Zoll Hülse und ich kann die Schraube hier so fest zuschrauben, wie ich will. Die Rolle dreht immer frei und das ohne Spiel, weil diese Hülse exakt mit diesem Rollenkern übereinstimmt. Das ist ein Vorteil. Außerdem drückt sich die Hülse nicht zusammen. Bei den Aluhülsen hast du das oft, dass sie so geknauscht werden und dann ist halt auch Essig mit Freilaufen. Genau, das heißt, schaut euch mal eure Kugellager an, wenn ihr die zu Hause habt, beziehungsweise die Spacer, und guckt, ob die am Rand hier schon so eine kleine Nase haben. Weil dann habt ihr sie schon komprimiert und dann erfüllen sie nicht mehr ihren Zweck. Deswegen... Auch wenn man jetzt die Schraube zudreht und die Rolle stoppt, dann ist das halt kein gutes Zeichen. Weil das geht aus Kugellager. Deswegen haben wir uns die machen lassen. CNC gesägt. CNC gesägt. Ja, von einem Hersteller, der auch so kleine Hülsen macht für Lagerungen von einfachen Rädern, zum Beispiel von den ganzen Mülltonnen in Deutschland. Die Räder, die da dran sind. Die sind ja nicht Plastik auf Plastik, sondern da ist so eine kleine Metallhülse drin. Die rollen gut. Da ist kein Kugellager drin, einfach nur eine Metallhülse. Und der Hersteller von diesen Metallhülsen, die habe ich angerufen und gesagt, macht ihr uns mal 10.000 von so kleinen Abstandshülsen. Und wir haben gesagt, ja, können wir machen. Und jetzt haben wir... Gestern haben wir die Mülltonne rausgestellt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie gut die tatsächliche Rollen, auch wenn wir sie unsanft bedient. Aber das müssen sie auch abkönnen. Jetzt, das musst du eigentlich mal mal zeigen. Mit vollem Gewicht, ja, hier. Tja. Kein Biss. Mach mal das, pass mal auf. Richtig doch mal hier vor. Also das ist so hier drüben. So. So. So, jetzt kannst du es hier anlegen. Jetzt kannst du immer Druck geben. Ich kann es mit einem Arm halten. Und in welche Richtung gebe ich dann irgendwo aus? Wie sieht man das denn? Sieht man das schon ein bisschen. Voll aufgespielt? Ja. Dann müssen wir... Sieht man, wie wir das Brett ziemlich schön. Ja. Jetzt ist hier immer noch ein bisschen Platz. Und man sieht auch, dass die Rolle und diese Kante hier, dass die dann parallel werden. Das ist natürlich so ausgemessen, dass diese Ausschnitte hier, diese Cut-outs für jede Achse, die man da montiert, so passen. So. Genau. Und auf die Weise kriegt man bei so einem Board, wenn man das jetzt hier anguckt. So kann man das sehen. Dann hat man... Kannst du es nochmal so halten? Ja, genau. Und das... Die Rolle kommt eigentlich übers Brett sogar, hier oben. Aber nicht ans Brett. Wenn da jetzt Brett wäre, dann könnte man so gut wie nicht lenken. Das ist halt der Preis von dem Tieferlegen. Gut. Deswegen vielleicht auch nicht schlecht, wenn die Standfläche ein bisschen länger ist, damit eure Füße nicht die Rolle, die plötzlich an der Seite auftaucht, zuschieren. Genau. So, jetzt brauchen wir eigentlich Flex-Experiment auf dem Tisch. Was ist das denn? Ich glaube schon. So, jetzt sagen wir erstmal, dass der Tisch mich aushält. Du hast den gebaut. Er muss halten. Ich halte die Rolle fest. So. Jetzt komme ich jetzt Rauch auf den Tisch. So, Björn steigt jetzt auf den Tisch und zeigt euch mal den Flex vom Brett oder zerlegt unsere Bank und hat auch nächste Woche den Namen der Schlinge. Und gleich habe ich den Kopf in der Lampe. So, ob das eine gute Idee ist. Ich halte es fest. So, kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Okay. Oh ja. So. Björn, wie viel wiegst du? Oh, das ist geheim. Geheim Frage. Björn wiegt über 90 Kilo. Über 90 Kilo. Ja. Wenn er jetzt darauf ein bisschen wippt, wippt das Brett, aber es hängt nicht bis auf den Boden durch. Es ist nicht so weich wie so manche andere. Und dieses Wippen, das ist natürlich auch eine Federung. Also wenn jetzt nicht ich wippe, sondern der Untergrund wippt im Sinne von, der fährt über Kopfsteinpflaster. Dann gibt es diese Mikrovibrationen, die normalerweise den Fuß zum Kitzeln bringen und bei so einem Board halt eher nicht. Das ist wie so eine Federung. Achtung, jetzt muss ich mal hier runter hopsen. Vorsicht. Ja. Schicht. Ach da. Yes. Genau. So. Das haben wir jetzt zusammengeschraubt. Okay. Super geil. Wir müssen noch, wir machen wieder für eine Woche eine Aktion. Das heißt, wenn ihr ein DD 110, wie wir es hier zusammengeschraubt haben wollt, gibt es das für 199 Winterpreise. 199 Euro. Wenn die Sonne rauskommt, wird es teurer. E-Mail wieder an heckmarty at olsonheckmarty.de. Olson Heckmarty. Olson. 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 Seht ihr ja. Seht ihr. Seht ihr. Seht ihr. Genau. Alright. Wow. Okay. Ich würde sagen, das haben wir. Wir müssen die Losziehung machen. Wir müssen einen Gewinner ziehen. Okay. Ich schüttel den Lack und du machst irgendwie fe. Genau. Ich gucke nicht. So, die sind da alle drin. Ich gucke mal nach hinten. Ich gucke mal nach hinten. Selten. Du bekommst einen Satz Rollen deiner Wahl. Ein Düsschen Stee's Grease und einen neuen Satz Lager. Das ist da. Das hier. Genau. Du darfst dir natürlich die rosanen Rollen nehmen oder auch eine andere Farbe wünschen. Da kommen wir überein. Alles Weitere. Alles Weitere. Ähm. Verlinkt uns wieder. Verlinkt eure Freunde unter dem Post. Teilt das Ganze. Und nächste Woche ziehen wir wieder aus allen, die auf Instagram und auf YouTube. Wie war die Aktion nochmal ganz genau? Lass es uns ganz genau strukturieren. Ihr liked das Ganze. Ihr teilt es. Und ihr verlinkt drunter einen Freund, eine Freundin. Damit die nächste Woche auch reinschalten. Ja? Alright. Und wir schreiben dann wieder alle Namen, die wir da sehen, auf. Genau. Papa haben wir da. Papa haben wir genug da. Genau. Alright. Wir sind jetzt erstmal für Füllen richtig schneller. Ciao, gell? Also, wir sehen uns. Nächste Woche. Bis dann. Hallo und ciao. Scream beenden. Bam. Bam. So. Schaffe ich es heute zu speichern? Ist die Frage. Beenden. Jetzt beenden. Jetzt beenden.